Moin moin Leute, hier ist wieder mal der Käpt'n Koch mit dem German Top CD Shot heute vom 14. Mai und heute haben wir den Player Grimms mit einem H am Ende und der hat ja erstmal CD4 am Start, das heißt es wird die Sniper ausgepackt, er hat hier die Desert Eagle in der Hand, macht erstmal einen Weapons Switch, macht einen Free Six, die machen 720 mit einem No Scope Across the Map und dazu noch ein Double Kill. Richtig nice, ich bin der Käpt'n Koch, checkt meinen Kanal aus, unten Twitter, Facebook, alles in der Beschreibung. Habt noch einen schönen Tag, haut rein und ciao ciao. German Top CD Shots German Top CD Shots